und herzlich willkommen zu dragon mode wegen das zwei paar nummer 74 mit gut gegen freaky da bämm, ah falsche drücke doch es reicht er bleibt auch noch stehen ein power level ich freue ich genau für dich scheiße bämm, du misskerl, ich bin kein misskerl man lenke energiewelle, ho, da haben wir wieder weggebämmst ich werde steck und steckl so ist das, so ist das mein freund ich glaube da haben wir gar nicht mehr so viele kämpfe frei außer die ulti dinger dreigeschallt krillin krillin, krillin, ganz sorgenfrei das sieht cool aus, das bild, das sieht geil aus das hätte ich gerne als äh, poster da haben wir hier noch was, nein pflanzenmänner in 90 sekunden, okay da kriegen wir hin, leute, da kriegen wir hin a a a x y b b g ich dachte nie, ich würde diese Leute wieder kämpfen ich dachte nie, ich würde diese Leute kämpfen oh, da wird's der, äh da wird unser Krillin direkt wuugig oh, da wird's der, äh direkt wuugig oh, da wird unser Krillin oh, da wird's der, äh mann du scheiß Vieh he einige Tore drauf und 60 sekunden yay oh, da wird's der, äh 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 noch 46 Sekunden, yo let's go hey 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 Oh, Nachbild. Er hat den Nachbild aktiviert. Freie Nachbild, Mann. Alter, noch. Noch eine Sekunde, noch eine Sekunde. Juhu, ich habe es geschafft. Oh, wir haben den Ulti-Kampf freigeschaltet. Das ist ja schön. Und den Ulti-Kampf bei Kid Boo. Und bei Yang Shou. Drei Punkte und Fusion von Krillin und Piccolo. Hä? What? Oh, einfach überleben, okay. Das ist kein Problem für einen Krillin und Yang Shou. Okay, hör auf das. Das ist schlecht. Dann wollen wir doch wohl so viel Schaden zufügen, wie wir können. Das ist ultimative Bestienviel. Woher will er mich nicht umlegen? Wir haben doch so eine Kette von uns. Komm. Leg mich um. Oh, mein. Wir haben es geschafft mit Krillin. Und hier. Wie? 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 Ich werde. Denn die Nachricht haben können wir noch nicht freischalten, gut. Dann machen wir jetzt. Nee, nicht Magen Vegeta, sondern Dodoria. Nee, Dodoria auch nicht. Boxy ist wieder Weiß wieder nicht Was der will Ich hätte ja gerne C13 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 gegen Piccolo Und Kick Gohan Gut Alles klar Du hast mich nicht schraubt, du Bolle Ich werde niemanden, der in meinem Weg stehen Moment, ich muss noch was einstellen Ist er fertig jetzt? Nö, doch Ton weg, gut Ton weg, ja Aua, aua Unser C13 kann sich ja noch nicht mal in Ultra C13 verwandeln Nö, schade Gohan will es schnell beenden, anscheinend Aber nicht mit mir Und zack Ui Schüttet er mir wieder auf Gut dann, nächster wieder Du kriegst dann meine ulti abgog Piccolo Biggolo Todesbombe Das sieht man gar nicht aus Das war die volle Entladung auf dich Aua, das tut weh Und Oh Mann Bleib drauf stehen So Da haben wir es geschuft Alle? Really? Aller Mann Müssen sterben No way Keine Bilder Schade Können wir sogar Unsere Lieblingsdinger zusammen machen Ja Yo Dann Ja Dann wollen wir mal Gegen Google Gegen Google Geben Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Geben Ich will nicht Dr.Cherol Wie viele von diesen Androiden hast du gemacht? Äh 20 Oh Scheiße Können wir nochmal neu starten Das kannst du vergessen Ich will Hätte ich gedacht dass der wie so ein Sprosch da rumspringt Koko Koko nicht Nicht alles ausweich Abwehren Das bringt nichts Ich weiß nicht Ob ich so viel Schade nochmal rein kriege Ja endlich Weil das klappt So klappt das schon wunderbar So klappt das schon wunderbar Das ist so kompliziert die Tassenkombination Tödlich Angriff Ich will Äh Kraft Um einen halben Planeten zu sprengen So Wie viel Dann kannst du zufügen Cell Junior und Cell Die müssen theoretisch gesehen stärker sein Weil stärker so ne Du bist lange übernommen für die Termination Ich kann mich verwandeln. Ich kann mich in die Unterform verwandeln. Ich weiß gar nicht, wann ich das freigestellt habe, aber gut. Da könnt ihr ein paar Chips rein, da könnt ihr Batterien rein und dann wird er auch immer blau. Das ist dann so wie so ein Halb, nur halb blau. Ich dachte, die kriegen ein Leben wieder dazu. Habe ich mich da verlesen oder was? Das ist viel zu klein. Das ist ja so groß wie mein Schuh, Mann. Mannsert Jr. Mannsert Jr. Mannsert Jr. Oh, es ist mein turn schon? Ja, ich bin jetzt. Okay, der reckt sich. Das krieg ich nicht gehandelt. Aber das sieht so geil. Bam 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 bam. Todesbombä. Ich hätte ihn ja am liebsten weg. Ich kann keinen Key sammeln. Ah, der sieht sich auf ja voll geil. Okay. Aua. Ich bin hier. Hier. Todesbomba. Hehehehe. Dann hier hoch. Zeitartage besiege Drei-Krieger. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Dann bin ich auch. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt frisst er Damage. Ich bin hier. 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 Dann wollen wir mal in die Ultraform gehen. Aber gut, ich muss mal schauen. Aua! Reicht das? Das wär ja geil. Oh, das reicht, glaub ich. Äh, das reicht. Das müsste reichen. Oh, das ist ja geil. GOKU! Alle wollen GOKU die Ideen. Bam, bam, bam. So, Abgrund einschlagen. Punkte. Cyborg, bereit sehen. Und volle Kraft Todesbombe. Ah, leider nicht freigeschauen. Gut. Ich würde mal sagen, das war Part Tomorrow 74 von Dragon Ball Ring Blast 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ho, ho, ho. Boa. 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 Organisation. Ho, ho, ho. trem